Prinz Harry und Meghan Markle, die ohne den Einfluss der königlichen Familie darum kämpfen, große Geschäfte zu machen, haben es trotz all ihrer Stunts und Versuche offenbar nicht geschafft, ihre Ziele zu erreichen. Die Sasexes, die kurz nach ihrer Ankunft in den USA nach ihrem überraschenden Austritt aus der königlichen Familie im Jahr 2020 lukrative Verträge mit den Streaming-Giants unterzeichneten und versuchten, Kontakte zu Künstlern zu knüpfen, um Hollywood für sich zu gewinnen, wurden nicht zu den Grammys 2024 eingeladen. Laut Mirek könnte der wahre Grund, warum Prinz Harry und Meghan Markle die diesjährigen Grammy Awards verpasst haben, ein brutaler Witz von Moderator Trevor Noah sein. Der Moderator war in den letzten vier Jahren Gastgeber der Zeremonie, die als Oscars der Musikindustrie bezeichnet wird, und kehrte am Sonntag zurück. Wieder einmal wurde vielfach spekuliert, dass Harry und Meghan nach einem Jahr voller Kontroversen und schlechter Presse an den Grammys teilnehmen würden, um ihr öffentliches Image zu verbessern. Doch die Sasexes waren bei der Veranstaltung nirgends zu sehen. Demire berichtete, dass Harry und Meghan die Zeremonie mieden, weil sie befürchteten, dass dies die Pointe für die Witze von Gastgeber Trevor sein würde. Der südafrikanische Komiker machte letztes Jahr bei der Preisverleihung einen Witz über das Paar und es gibt Gerüchte, dass Harry und Meghan wegen ihrer brutalen Affäre die Teilnahme an den Grammys abgelehnt haben. Eine der bemerkenswertesten Pointen der letztjährigen Show richtete sich an Prinz Harry, dessen rekordverdächtiges Buchspare kurz vor der Preisverleihung veröffentlicht worden war und zu dieser Zeit ein heißes Thema war. Auf der Bühne der Crypto.com Arena in Los Angeles stellte Trevor den britischen Komiker James Cordon vor und bezog sich dabei auf einen Teil des Buches, in dem Harry enthüllte, dass er während einer Reise zum Nordpol im Jahr 2011 Erfrierungen erlitten hatte. Der Moderator James war der lebende Beweis dafür, dass ein Mann von London nach La ziehen kann, ohne jedem von seinem erfrorenen Penis zu erzählen. Nur wenige Monate bevor Trevor die Sussexes zur Pointe ihres Witzes machte, trat er an Meghans Spotify-Podcast Archetypes auf und war unwissentlich der letzte Gast überhaupt in seiner Show, die schließlich abgesagt wurde, als der Deal des Paares mit dem Streaming-Riesen scheiterte. Im Interview sprach Trevor über seine Mutter Patricia und die Lektionen fürs Leben, die er in seiner Kindheit von ihr gelernt hatte. Er erinnerte sich, ich erinnere mich, dass meine Mutter, als ich noch sehr jung war, zu mir sagte, denken Sie daran, Sie können als Mann das Oberhaupt Ihres Haushalts sein, ohne einen Cent mehr zu verdienen als Ihre Frau. Du könntest nichts verdienen. Ein Mann zu sein hat nichts damit zu tun, wie man seine Macht im Haushalt ausübt, es kommt einfach darauf an, wie man seine Rolle ausfüllt. Der Komiker fügte düster hinzu, diese Ideen schränken Männer oft selbst ein. Als Mann haben wir diesen zusätzlichen Druck, den wir für uns selbst geschaffen haben. Sein Auftritt bei Archetypes folgte auch einer Gegenreaktion gegen den Komiker, als er nach dem Tod von Königin Elisabeth einen Seitenhieb auf König Karl II. in der Kolonialgeschichte der Monarchie einsteckte. Tatsächlich wurden Harry und Meghan nicht zu den Grammys eingeladen. Harry und Meghan erwarten Ausreden für ihre Abwesenheit beim größten Musikereignis, abgesehen von der Tatsache, dass Prinz Harry nicht nominiert wurde und sie nicht unbedingt eingeladen werden.